Okay Leute, Kamera läuft, Sonn läuft. Joldasch, wo geht's heute hin? Heute geht's heute an diesem wunderschönen, leider noch etwas frischen Samstag geht es zu den internationalen deutschen Meisterschaften im Schwemmen. Okay, und was ist das Thema? Du bist ja nicht, ich glaube du bist nicht besonders sportlich, oder? Nicht sportlich bin ich an sich überhaupt nicht, geradeaus laufen fällt mir schon schwer. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir nehmen noch ein anderes Thema mit ins Boot und zwar das Thema Inklusion und heute treffen wir echt coole Leute, mit denen können wir über dieses Thema quatschen. Du Max, sag mal. Okay, okay. Sag mal Max, wie läuft dein Tag bis jetzt? Eigentlich gut, gut. Hast du schon, hast also du hast Spaß, hast du schon mitgefiebert, also hast du schon dein Rennen gehabt? Ja, habe ich schon und das läuft schon, ja, okay eigentlich schon. Du bist ja zum ersten Mal bei der IDM dabei, wie gefällt es dir bis jetzt? Eigentlich ist es ganz gut, noch besser als ich erwartet hatte. Ich habe auch mal ein Lappes, ein Lappes. Und ja, ich bin immer noch, ich bin hier, ich bin da. Die IDM findet ja zum 29. Mal statt, das ist eine beachtliche Summe. Aber leider finde ich, dass der Wettbewerb ein bisschen in den Medien untergeht. Was ist denn deine Meinung dazu? Der Wettkampf geht definitiv unter hier in den Medien. Das ist ziemlich schade, weil es ein spannender Wettkampf ist. Letzte Woche waren hier die deutschen Meisterschaften der Nicht-Binnessen, da war ZDF da und hier leider nicht. Und es ist schon, dadurch geht halt dieser Wettbewerb unter, da keine öffentlichen Fernseh- oder Zeitungen hier groß berichten. Das Thema Inklusion ist aber in den Medien doch präsent. Meinst du trotzdem, dass das überhaupt keinen Einfluss hatte bis jetzt auf den Wettbewerb? Inklusion ist immer so eine Sache. Also ich habe damals schon im Nicht-Behinderten-Verein trainiert und das ist jetzt auch schon gut 10 Jahre, 15 Jahre her. Und das war auch schon Inklusion. Damals hat noch keiner an Bord Inklusion dafür gefunden. Du müsstest ja natürlich aber den Leuten nochmal irgendwie näher bringen und deswegen ist der Ansatz ja irgendwo auch gut. Genau, der Ansatz ist gut und so. Also das ist auch in der Öffentlichkeit dann so weitergetragen mit, ey, ja, in die Staaten-Behinderte gegen Nicht-Behinderte haben wir auch öfters mal, wenn wir hier Landesmeisterschaften Berlin-Brandenburg machen. Wie war denn, wie ist denn für dich so die Entwicklung von Inklusion in den letzten Jahren? Wie hast du die wahrgenommen? Naja, wie soll man sagen, es hat sich schon einiges verändert. Also es wird auch sehr viel darauf geachtet. Auch in den Medien sind jetzt auch mehr Menschen nach Behinderungen. Zum Beispiel die Bordsteine werden teilweise untergesetzt. Ansonsten finde ich, hat sich nicht so viel getan. Also es könnte ein bisschen schneller gehen. Richtig. Also musst du den Leuten in den Arsch treten, hey, zu Hause, den Leuten in den Medien, hey, dieses Thema ist cool, warum packt ihr das nicht an? Naja, es ist nicht cool, es ist eher ein Muss. Stimmt, immer Menschen mit Behinderungen leben. Und das kann jeden begriffen. Also von daher ist es für mich nicht, es ist cool, sondern eher ein wirklich Muss. Stimmt, vollkommen, da gebe ich dir vollkommen recht. Wir haben hier schon mit einigen Ihrer Schützlinge gesprochen, unter anderem Klaus. Der hat angesprochen, dass Inklusion irgendwie, dass die Bürokratie der Inklusion irgendwie im Weg steht. Dass da zu wenig Face-to-Face stattfindet. Was ist denn da Ihre Meinung? Also ich denke, dass die jüngeren Sportler, und Klaus ist ja noch sehr jung, genau das auch empfinden. Also dass sie einfach merken, es wird viel geredet über Inklusion, aber sie spüren es kaum. Also ich glaube, das ist einfach die Unsicherheit, miteinander umzugehen. Und dass dann viele Barrieren im Weg stehen, die gar nicht sein sollten. Und zwar Barrieren, die eben nicht mit der Behinderung zu tun haben, sondern mit der Einstellung von Leuten, die nicht behindert sind. Und deshalb sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit notwendig ist, um diese Kopfbarrieren abzubauen. Dörthi hat es ja schon, Klausur wird da sehr theoretisch irgendwie betrachtet. Aber eigentlich geht es ja um Begegnung. Wir gehen nur von Mensch zu Mensch. Das stört mich irgendwie, dass das irgendwie noch nicht so genau ankommt. Wie denkst du darüber? Ein schönes Beispiel war für uns im Sport. Das hat ja mit beiden Bereichen zu tun, mit Schule und Sport. War der Film Gold, damals an der Sportschule in Potsdam. Wir haben eine Kinoveranstaltung gehabt, wo dieser Film vorgestellt wurde, wo es um behinderten Leistungssportler ging. Durch diesen Film ist eine Welle losgegangen an Verständnis und an Schulterklopfer. Also es war Emotionen pur. Und diese Emotionen hat diese Inklusion gefördert. Weil wir machen Inklusion an der Sportschule, weil es sowieso stattfindet. Aber hinterher war es gelebte Inklusion. Vorher war es organisierte Inklusion. Das war irgendwie so ein Knall. Genau, das war der Knall. Und demnächst finden ja auch wieder große Veranstaltungen statt, die das Gleiche bewirken können. Tag ohne Grenzen zum Beispiel, Anfang Juni. Da begegnen sich verschiedene Leute und machen zusammen verschiedene Aktivitäten. Und dementsprechend kann man das fördern. Wir hoffen, dass es auch wieder so eine Welle kommt. Emotionen pur und dann klappt das. Super, dann danke viel. Ich wünsche Ihrem Team noch viel Spaß. Dankeschön, ja, die Schwimmraten. Danke schön.